In der Ukraine tobt erst seit rund zwei Jahrzehnten ein erbitterter Streit zwischen den beiden größten ukrainisch-orthodoxen Kirchen, des Moskauer und des Kiefer Patriarchats. Dabei geht es um Legitimität und um Besitzansprüche an Immobilien. Beide Kirchen haben in der Ukraine jeweils etwa 10 Millionen Mitglieder. Dazu muss man wissen, dass bis ins Jahr 1992 die russisch-orthodoxe Kirche allein in der Ukraine vertreten war und es bis dahin kaum zu Konflikten mit anderen Kirchen und Gruppierungen kam. Im Rahmen der Unabhängigkeit der Ukraine, die sie mit der Auflösung der Sowjetunion im Jahr 1991 erlangte, spalte sich der aus dem Donbass stammende geistliche Philaret II. mit einigen Getreuen plötzlich von der Mutterkirche ab. Noch während des Bestehens der Sowjetunion vertrat Philaret aber immer die Einheit der russisch-orthodoxen Kirche. Gemäß Prof. Dr. Michael Vogt sei das Kiefer Patriarchat mit Philaret II. als Metropolit durch erfolgreiche Einflussnahme der USA und entsprechende Geldzahlungen durch Abspaltung installiert worden. Vogt studierte unter anderem Geschichte, politische Wissenschaften und schrieb seine Magisterarbeit zum Thema sowjetische Außenpolitik unter Khrushchev, der von 1958 bis 1964 Regierungschef der Sowjetunion war. Nach dem blutigen Putsch im Februar 2014 soll, laut Vogt, Philaret nach Washington geflogen sein, wo er von den USA Waffen forderte, damit der Krieg gegen die Donbass-Bewohner geführt werden könne. Vogt weiter, ich zitiere, Das Blatt wendete sich, als im Frühjahr 2016 Putin die Patriarchen beider Kirchen traf. Aus diesem Blickpunkt sind nun die aktuellen Ereignisse in der Ukraine zu betrachten, von denen seit letzter Woche aus der Ukraine berichtet wird und die mit reichlichem Bildmaterial dokumentiert sind. Nur die hiesigen Leitmenien scheinen noch nichts davon erfahren zu haben, denn mittlerweile beteiligen sich Hunderttausende Ukrainer aus Ost und West an einem Friedensmarsch nach Kiew. Wie kam dies zustande? Die ukrainisch-orthodoxe Kirche Moskauer Patriarchat hat zu einer Kreuzprozession im Namen von Frieden, Liebe und Gebeten für die Ukraine nach Kiew aufgerufen. Dort soll sie am 27. Juli ihren Abschluss finden. Der von Osten kommende Friedensmarsch startete am Sonntag, dem 3. Juli 2016, im Kloster Svadogorsk im Bezirk Donetsk. Als der Prozessionszug am 9. Juli Chakiv erreichte, die zweitgrößte Stadt der Ukraine, waren es bereits über 10.000 Ukrainer. Laut Querdenken TV, dem Internetportal von Prof. Dr. Vogt, das mit regelmäßigen Updates vom Friedensmarsch berichtet, sind am 10. Juli in Chakiv weit über 20.000 ukrainisch- und russisch-orthodoxe Ukrainer, Männer, Frauen, Junge, Alte, Familien, Kinder aufgebrochen. Gemeinsam wandern sie die rund 500 Kilometer nach Kiew, wo das Kiewer Regime zum Kriegsende im Donbass bewegt werden soll. Leute stehen mit Drehen in den Augen am Wegrand, drehen sich um, packen daheim einen Rucksack und gehen mit. Die Ukrainer, die nicht an der Strecke des Kreuzzuges leben, fahren mit Bus und Bahn dorthin, um sich anzuschließen. Mit jedem Kilometer werden es mehr. Knapp eine Woche nachdem der Prozessionszug vom Osten der Ukraine gestartet war, machte sich am 9. Juli eine von Westen kommende Prozession auf den Weg. In Reaktion auf die Friedensmärsche der ukrainisch-orthodoxen Kirche Moskauer Patriarchat hat auch das Kiewer Patriarchat angekündigt, eine eigene Kreuzprozession durchzuführen. Man schätzt heute, dass sich bis zum 27. Juli zwischen 800.000 und 1,5 Millionen Menschen beteiligen werden. Gemäß Prof. Dr. Vogt soll die Kiewer Regierung am 12. Juli die Nationalgarde in Alarmbereitschaft versetzt und Truppen aus dem Donbass nach Kiew abgezogen haben. Die Wahrscheinlichkeit jedoch, dass sich die ukrainische Armee, statt die Regierung zu verteidigen, auf die Seite der ukrainischen Bürger und der Friedensmarschierer schlägt, sei sehr hoch, so Vogt gemäß Insider-Informationen. Einige Kiewer Politiker und gewalttätige Maidan-Extremisten forderten schon öffentlich auf, die Demonstranten einfach zu erschießen und diese auf keinen Fall nach Kiew durchkommen zu lassen. Laut Vogt sollen einzelne Gruppen des bewaffneten rechten Sektors bisweilen am Straßenrand stehen und die Pilger beschimpfen. Angesichts der Massen wagen sie aber bisher nicht wirklich, die Leute anzugreifen. So der Stand, wie er aktuell scheint. Was aber, wenn diesen gewaltbereiten Waffen zugespielt würden, wie es ja bereits 2014 auf dem Maidan geschah? Ein Schreckensszenario. Ukrainische Medien sowie der Berater des Innenministers Anton Garaschenko haben bereits versucht, der Bevölkerung weiß zu machen, dass der Friedensmarsch von Strategen des Kremls organisiert sei. Die Tatsache, dass es tragbare Zelte und Verpflegung gäbe, sei belegt dafür. Doch wer immer sich die Massen der Menschen ansieht, Männer, Frauen, Junge, Alte, Familien, Kinder, wird kaum leugnen können, dass die Menschen in der Ukraine einfach vom Krieg und von den als Folge misslichen Lebensbedingungen genug haben. Dies bestätigt auch ein Augenzeuge, der über die Stimmung in Kiew berichtet. Zitat Beobachten Sie die weitere Entwicklung unter diesem Gesichtspunkt, ob es sich beim Friedensmarsch nach Kiew nicht um die einfache Stimme des Volkes handelt, welches vom Krieg genug hat und Frieden will oder nicht. Wenn ja, dann verbreiten Sie diese Sendung weiter, damit auch die westlichen Leitmedien an den wirklichen Belangen des ukrainischen Volkes nicht mehr vorbeikommen. Besten Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.